Der kompakte Prüfschrauben TRIAPAN 2000 eignet sich mit einer Länge von nur 130 mm sehr gut zum Einstecken in Jacken und Händtaschen. Der Phasenprüfer dient der Unterscheidung der spannungsführenden Phase vom nicht-spannungsführenden Nullleiter. Dazu berührt man mit der Spitze einen möglicherweise spannungsführenden Metallteil und mit einem Finger den Kontaktknopf auf der Rückseite. Handelt es sich um einen spannungsführenden Leiter, da leuchtet die Klimlampe orange auf. TRIAPAN 2000 hat zwei wesentliche Vorteile gegenüber einem herkömmlichen Phasenprüfer. Einer ist die Digitalanzeige von 12 bis 220 Volt. Zur Aktivierung berührt man den Knopf nicht nur, sondern drückt ihn nieder. Danach leuchten alle Segmente bis zur maximalen Anzeige von 220 Volt auf. Beim nicht-spannungsführenden Nullleiter bleibt die Anzeige auf jeden Fall dunkel. Der zweite Vorteil ist die kontaktlose Spannungsprüfung. Dazu nähert man sich mit der Spitze einem Leiter an. Bei einem spannungsführenden Leiter leuchtet der Blitzpfeil in der Anzeige auf. Bei einem nicht-spannungsführenden Leiter bleibt die Anzeige dunkel. Der Universalspannungsprüfer PAN 2000 eignet sich nicht nur zur Wechselspannungsprüfung mit 230 Volt im Haushalt, sondern auch zur Prüfung von Kleinspannungen, wie zum Beispiel 12 Volt im Auto. Zur Spannungsprüfung berührt man den Kontaktpunkt am Gerät und drückt ihn nieder, berührt mit einer Hand die Masse am Auto und mit der anderen Hand Kontaktpunkte, wo man 12 Volt Gleichspannung vermutet. Am Minuspol der Batterie gibt es naturgemäß keine Anzeige, weil dieser mit der Masse verbunden ist. Beim Pluspol der Batterie leuchtet in der Anzeige 12 Volt auf. Auch an anderen Kontaktpunkten, wie zum Beispiel Sicherungen, lässt sich so die Gleichspannung von 12 Volt feststellen.